Alex, eins, die anderen zwölf Billionen. Was? Wollen wir doch anbieten. Alter, hier sind so viele Monster. Das ist so krank. Das ist dein Problem. Deine Insel. Oh, da ist sogar ein Enchanting-Tab, das ist gut. Ah, ich habe keine Erfahrungspunkte, das ist schlecht. Aber irgendwo müssen... Hast du hier noch Öfen... Naja. Wieso hast du die Öfen abgebaut? Ähm, kommst du jetzt mal hoch? Ähm, wird schwer. Kubi ist da. Achso. Und ein Arschvoll-Monster auch. Ähm, wo ist er? Ich weiß gerade nicht, ob jemand noch in der Nähe ist. Jetzt will ich hochgehen. Ja gut, ich gehe mal hoch. Jujujuj, kein Skelett darf ich schießen. Ah ja, danke außerdem. Du hast jetzt offiziell meinen Kriegsverbündeter. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nicht gut. Oh. Gefährlich. Schanker. Du bist voll der Outlaw in so'n Chat. Das bin ich außerdem, der gerade runterschießt. Du kletterst ja gerade hoch, oder? Ja. Gut, dann... Watt! Warum machst du das Wasser weg? Ich habe das Wasser nicht weggemacht. Äh, dann bin ich rausgedingst. Du bist okay. Ohne? Ja, ja. Ja, das bist du. Wir können aber das Wasser wegmachen, dirisch gesehen. Nee, noch nicht. Das Einzige, was ich machen würde, wäre... Ja, und wir bräuchten Eisengitter. So, ich bin da. Mit Eisengitter könnten wir uns einen Boden machen, wodurch man sozusagen da durchschießen kann, aber nicht durchfallen können. Ich bin da. Willst du dein Zeug? Ja, bitte, bitte, bitte. Äh, hattest du einen Brustpanzer? Ja. Ich habe keinen Brustpanzer mehr. Das ist Schutz 2, das ist meiner. Hast du einen? Achso, das ist deiner, okay. Helm hattest du nicht, gell? Obwohl, nein. Wie soll denn die Kettenhose? Ich habe komplett Eisen gehabt. Diamantenbrustpanzer passt. Ja. Ich hatte keinen Helm. Ich hatte aber noch einen Schwert und einen Bogen. Ich habe einen Effizienzspitz... Äh, ja, Bogen hast du hier. Und Diamant Schwert, gell? Ja. Wenn du willst, ich kann dir was zum Enchanten geben. Ja, bitte, bitte, bitte. In irgendeiner der Thron hier ist, ähm... Das sind Bücher. Da steht Schärfe drauf. Und Schärfe und so. Schwert ist... Ja, Schärfe wäre nicht schlecht. Ja, Schärfe, aber ich bräuchte dafür Erfahrungspunkte. Ja, die müsstest du dir halt erfahren. Ah, Karl hat Kanzantillerschwert nicht. Ähm, stell die Öfen auf. Äh, ich habe das nicht. Ah, ich habe es. Da wird es echt nicht eingesammelt. Ich habe das echt nicht. Oh, das ist natürlich scheiße. Ja, gut, dann gebe ich ihm zwei Diamanten. Alter, ich wollte auch zwei... Äh, nee. Ich habe ihn schließlich getötet, meine ich, also. Ja, ja. Wir sind faire PvPler. Ja. Und nicht Bitch PvPler. Nee, habe ich nicht. Ich habe Bann und Haltbarkeit. Ähm... Alex, was ist auf deinem, auf dem Schwert, das du hast drauf? Haltbarkeit 1. Nix, gell? Wie schon gesagt, Haltbarkeit 1 ist auf meinem Schwert drauf. Da haue ich jetzt aber gleich Schärfe 3 drauf, plus. Kann man eigentlich von... Sachen zurückverzaubern? Nee. Ist ja nicht voll chillig. Was will der denn hier anbrennen? Ich habe doch nichts, was irgendwie anbrennen könnte. Mein Zeug! Hm. So. Ähm. Oh. Der Ripser war schön, oder? Ja. Kann ich schon. Ähm, mach mal ein paar mehr Kappen dahin, bitte. Wenn die Kisten dahinten kaputt sind von mir, dann wird einer bluten. Hm. Bluten? Wenn der die Kisten wirklich kaputt gemacht hat und meine ganze Erde, die ich gefarmt habe, weg ist, dann bin ich sauer. Dann wird's Beef geben. Ist das da unten ein Amboss? Ja. Ich weiß, wo sie sind, ich weiß, wo sie sind. Oh, Glück gehabt bin ich gestorben. Und zwar... Oder bist du das Tiberius? Unter meiner Insel ist echt die beste XP-Farm. Okay, dann. Ich weiß, wo die beiden sind. Ich gehe gerade mal zu Kalle. Uh, uh! Alter! Ich komme hier in Frieden. Ach dann, ähm... Welcher von denen allen bist du? Was bist du? Was mache ich hier? Muss warten, bis mein Leben regeneriert hat. Ich verteidige dazu... Ah, Creeper! Zu viele Bonds da. Das Problem ist eben, dass ich nirgendwo eine Chance habe, irgendwas zu farmen. Ähm, oder ich tue, ähm, wenn du nix dagegen hast, Stein brennen. Dann könnt ihr nicht Erfahrung sammeln. Dann tue ich nicht das machen, dann kann ich Erfahrung sammeln, wenigstens um zusammen in Shantin verzaubern und so weiter, bla bla bla. Ich glaube, Kube-Siede will hier Beef haben. Ups. Ja, der will immer irgendwas haben. Der hätte auch gern Eier in der Hose, aber leider können wir damit nicht... War der fies? Hm? Warte, wir haben nix zusammen, ey, Alter. Wir haben viel zu wenig Stein. Heißt... Ich kann nix! Und auch ein Stack kann ich. Obwohl, vielleicht habe ich es sogar noch an der Ener-Chest. Ja, an der Ener-Chest habe ich noch ein bisschen Berufsstand. Yay! Wenigstens ein Stack kann ich mir rausziehen hinterher. Hey Alex, kannst du das Ener-Portal bitte mit Lava füllen? Du bist ja oben, oder? Ähm, das ist aber Wolle in der Nähe. Ja, ich bin hier oben. Ich hau ihn nicht. Welches Ende-Portal hast du mal Kubis schreiben, dass ich ihn nicht hauen werde? Solang er mich nicht angreift, greife ich ihn auch nicht an. Ich behalte meine Regeln an. Nur Kalle hat mich bis jetzt einmal angegriffen, also habe ich ihn getötet. Oder hat mich nochmal angegriffen, dann habe ich ihn getötet. Ich greife niemanden an, der mich nicht schlägt. Lobo wird dich nicht schlagen. Ich habe keinen Grund, weiter wegzulaufen. Oh, Hühnchen! Ich kann Hühnchen brennen. Hühnchen brennen? Ja, dann haben wir sogar Nahrung. Oh, hier liegt Eisen. Ein Eisenlack rum. Weil Kubi Dings zerstört hat. Was? Ich glaube, ich schreibe mal in den Chat rein. Weil Kubi Dings zerstört hat. Das ist so eine gute Angabe. Ich gehe mal kurz... Oh, ich muss hier weg von den ganzen Monstern. Alter, ernsthaft? Das ist schlimm hier unten drunter. Beste XP-Farm ever. Und da kommen noch Creeper. Warum ist es überhaupt Nacht gerade? Weil. Weil, Hashtag ist so. Du bist keine Hilfe. Ich habe nie gesagt, dass ich eine gute Hilfe bin. Das stimmt. Boah, wo hast du ein Fackeln, ey? Hm, ich kann gerade nicht. Ah, hier. Boah, ist er wieder da. Kannst du mal Kalle schreiben, dass ich ihn nicht töten werde, solange er mich nicht angreift? Ich habe es im Allgemeinen geschrieben. Oh, Kubi greift mich gerade an. Dann töte ihn. Warum gehen die alle gerade gegen mich? Oh, ein Creeper. Weil die alle es dich erschwert von Kalle wollen, aber du es nicht hast. Ich habe kein Schwert. Ich habe kein D-Schwert. Ich habe mein eines Haltbarkeitsschwert. Ich habe ein fucking Schwert mit Haltbarkeit. Dann sind Fertig. Okay. Meine Fresse, Eltern, hey. Was denn? Nein, die sind alle drei hier. Nee, also wenn die mich jetzt killen, dann brenne ich den. Iberius hast du einen Kicker, ne? Du hast den Kicker. Nee, warum solltest du die kicken? Warum soll ich kicken? Weil es so... Nur kicken, nicht wanden. Das ist sozusagen der Warnschuss. Ja, genau. Noch ein Feuer schwer. Warnschuss fünfmal und dann weg. Auch noch geröstet. Ich kann mein Zeug aber auf jeden Fall zurückfordern. Ich habe genug Muni, um deine Insel zu verteidigen. Und außerdem tue ich gerade Fackeln hier verteidigen, weil ich hier die ganze Zeit Monster spawn. Alter, wenn ich mein Zeug nicht kriege, dann brenne ich bei denen alles nieder. Also, das ist mir jetzt egal. Wenn ich mein Zeug nicht kriege, dann brenne ich alles nieder. Dornen macht aus. Mach, was du nicht lassen kannst. Nee, also das verstehe ich nicht. Weißt du, wenn er mich angreift als erstes und danach bieft er so zurück. Ja. 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 Wenn ich mein Zeug nicht kriegt, dann wird's brennen. Soll ich das ins Chat schreiben, dass du alles anzündest von denen? Nö, das brauchst du nicht sagen. Dann schreiben die ja sofort dann, das ist Griefing. Ja, weißt du, das ist... Lebensgriefen gibt's ja auch. Thorncampen gibt's ja auch. Lebensgriefen. Okay. Ich will mein ganzes Inventar haben. Bitch. Ich muss den Screenshot schicken, dann sagen die nö. Dann sagen die einfach mal no. Boah, wenn ich wüsste, wo die sind. Ja, ich weiß, wo die sind. Ja, aber ich nicht. Camp hier oben auf der Insel und hoff bloß darauf, dass sie nix von meinen Sachen kaputt machen. Oh, shit. Boah. Hä? Viecher. Ich will mein Shit haben. Wer hat's? Kalle oder Can? Nee, Can hat mir das Zeug zurückgegeben, was er hatte. Kalle oder, ähm... Kubi. Oh, gut, ich hab'n Feuertag dabei. Ich weiß zwar nicht von dem, aber... Ist das oben ein Skelett oder was? Nein! Warum schießt du mich runter? Ernsthaft? Ach so! Boah, Alter. Mann, Alex! Ich hätt' dacht, das wären die anderen zwei, weil da sind zwei. Meine Fresse, hey! Einer von den beiden ist wahrscheinlich Kubi und der will mich töten. Schon. Wahrscheinlich. Was hat keiner geschrieben? Ich muss grad hochschwimmen. Ich kann's nicht so lesen. Sein Dier-Schwert gegen deinen Shit. Haha, genau. Bist du das? Ein Schwert mit Enchant hingegen, äh... Eine ganze Rüstung. Okay, es wird brennen. In der Aufnahme. Ja, das bin ich. Gut. Lass nochmal, ich lass nur dich hoch. Es wird brennen. Oh, das wird lustig. Darf ich mir oben hier irgendwo ein Haus bauen? So aus. Clean Stone? Oder... Ey, er ist aus großer Höhe. Ja, wenn ich verloren hab, ist das nicht mein Problem. Tiberius, du bist Zeuge. Er ist aus großer Höhe gefallen. Jep. Also, sie haben ihn nicht getötet. Gut, wo ist meine Bullshit-Kiste? Moment, Jan kommt in Frieden, sagt er. Dann kommen wir in Frieden. Da kommt sowas von nicht in Frieden, der hat's Schwert gezückt. Ich schreib mal kurz, ich schieße nur, wenn er in meine Richtung rennt, um zum Angreifen.